Hallo und herzlich willkommen. Ich melde mich mal wieder mit einem neuen Alisha Special. Momentan spuckt ja hier der neue Entwickler, wer auch immer jetzt genau dahinter steckt, Alisha Updates am laufenden Band aus. Und zwar nur eine kleine Neuerung heute. Aber es ist eine Neuerung. Ich frage mich übrigens gerade, das scheint hier auf diesem Account nicht so zu sein, dass das Pferd eine Weihnachtslüstung anhat. Denn es gibt jetzt noch zwei weitere Accounts, mit denen ihr euch einloggen könnt. Ihr habt vielleicht gerade schon einen kleinen Unterschied gesehen an meinem Charakter. So. Denn sie sieht jetzt anders aus, die Gute hier. Oh, ein Schimmelchen. Hübsch, hübsch. Sie sieht jetzt anders aus. Es gibt ein neues weibliches Model. Erreichen könnt ihr diesen Account mit dem altbekannten Passwort 123. Und der Einlogname ist nicht Alisha, sondern Alisha 2. Damit bekommt ihr auf diesen zweiten Account. Also gibt es jetzt einen zweiten Mädels-Account, mit dem ihr euch einloggen könnt. So. Das Ganze gibt es auch für die männlichen Charaktere im Ende, Alisha. Und das... Oh, je, 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 je. Hilfe! Seitenansicht und dann Reiten, das kriege ich irgendwie nicht hin. Aber das schauen wir uns dann jetzt gleich noch an. Bis gleich! Und da bin ich auch schon wieder zurück. Erstmal mit dem Ladescreen. Ist euch das hier unten eigentlich schon aufgefallen, dieses Minigame? Das ist einmal klickt, dass das Pferd hüpft. Jetzt konnte ich es euch gar nicht zeigen, weil es jedes Mal so schnell ging. Yeah, also ich muss aber auch sagen, hier das Weihnachts-Outfit bei den Kerlen, das sieht schon echt richtig, richtig nice aus. Und hier auch wieder ein Schimmel. Also irgendwie sind diese zweiten Accounts sehr schimmellastig, muss ich sagen. Ich habe jetzt bislang dreimal drauf eingeloggt und hatte dreimal ein Schimmelchen. Oh, wir loggen auch hier mal ein. Diesen Account könnt ihr auch wieder mit dem altbekannten Passwort 123 erreichen. Und dreimal dürft ihr raten, der Login-Name ist nicht Boy, sondern Boy2. Damit stehen euch mittlerweile vier Accounts zur Verfügung, mit denen ihr euch einloggen könnt. Und apropos Account. Ich reite jetzt hier noch ein bisschen rum. Ich habe ja gestern in dem kleinen Mini-Update mal erzählt, dass ich da was habe, Leuten hören, dass es ab Januar möglich sein soll, Accounts zu erstellen. Ich habe auf der Elisha-Seite auf Facebook nochmal nachgehört. Habe zwar keinen Post von jemand Offiziellen bekommen, aber auch da haben mir einige geschrieben, dass von einem Offiziellen mal eine Aussage dazu gemacht wurde. Und zwar ist das mit einem Screenshot bewiesen worden. Den habe ich jetzt zwar nicht gefunden, aber ich bin jetzt einfach mal so gutgläubig. Ich meine, warum sollte man da lügen in der Sache? Und es soll wohl tatsächlich so sein, dass da einer der Entwickler gesagt hat, dass es nicht sicher ist, dass das ab Januar dazu kommt. Aber dass es sehr gut sein kann. Also es bleibt auf jeden Fall spannend hier. Momentan vergeht ja eigentlich nicht ein Tag hier, wo sich nicht irgendwie irgendwas ein bisschen ändert. Also ich muss schon sagen, ich bin wirklich, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin wirklich beeindruckt, wie gut die dahinter sind. Wie toll die daran arbeiten. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass hier jetzt ein Weihnachts-Update rauskommt, wo das Spiel noch nicht mehr fertig ist. Aber ich finde es schön. Ich finde es echt klasse. Ich freue mich darüber. Und es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. So viel kann ich sagen. Also es ist... Oh, jejei. Nee, es ist wirklich richtig spaßig. Und wir lassen uns dann einfach mal überraschen, was Januar angeht. Und auch was sonstige Updates angeht, die noch kommen. Was ich auch nochmal sagen möchte, weil jetzt so viele auch Probleme damit haben, dass eben ihr Browser oder vor allen Dingen der Virenscanner das Spiel, beziehungsweise den Launcher an sich, als Virus erkennt. Da müsst ihr euch wirklich keine Gedanken machen. Ich habe da jetzt auch lange mit einer Zuschauerin dran rumgedoktert, dass es bei ihr lief, weil sie auch das Problem mit dem Virenprogramm hatte. Es ist leider so, dass der Launcher definitiv jedes Mal als Virus erkannt wird. Ich kann bei mir zum Beispiel, kann ich das Spiel auf eine sogenannte Whitelist setzen. Dass es nicht mehr gescannt wird, was aber trotzdem nicht funktioniert, warum auch immer. Also ihr könnt entweder bei eurem Virenprogramm versuchen, ob das funktioniert, dass ihr das Spiel einfach auf eine Liste von ungefährlichen Programmen setzt. Oder ihr deaktiviert den Virenscanner. Es ist wirklich überhaupt kein Ding. Also wenn man speziell diese Datei prüft auf Herz und Nieren, dann wird kein Virus gefunden. Das ist auch, wenn ihr das installiert habt und ihr lasst dann nochmal einen Virenscanner drüber laufen. Das habe ich auch zur Sicherheit gemacht. Da kann nichts passieren. Also an der Datei an sich liegt es auf keinen Fall. Wo man sich was beiziehen kann, ist, wenn man das Spiel als Torrent runterlädt. Deswegen habe ich auch gar nicht erst erklärt, wie das funktioniert in meinem kleinen Einsteiger-Guide. Und habe das nur mit der Setup-Exe erklärt. Da ist nur das Problem, sage ich auch mal gleich noch, da da auch schon öfter die Fragen kamen, dass der Download mal aktiviert ist. Und zwar scheint dieser Download immer begrenzt zu sein auf eine bestimmte Anzahl. Dann ist er wieder für eine bestimmte Zeit gesperrt. Und dann geht er auf einmal wieder. Also wenn es nicht direkt funktioniert, wenn ihr da drauf guckt und da vielleicht auch nur eine komische Liebe an Buchstaben steht, einfach immer mal wieder probieren. Das wird auf jeden Fall immer wieder gehen. Und sollte es mal längere Zeit nicht gehen, könnt ihr mir auch Bescheid sagen. Dann werde ich da einfach mal diesbezüglich eine Frage auf der Facebook-Seite von Alicia zu raushauen. Also ich will da auch so ein bisschen so als Sprachrohr für euch fungieren. Manche haben ja vielleicht auch keinen Facebook-Account. Das gibt es ja auch immer noch. Ist ja auch nichts Schlimmes. Nicht falsch verstehen, dass ich sage, Gott, hat jemand kein Facebook-Account. Deswegen möchte ich euch da auch gerne helfen in der Hinsicht. Aber so viel hier auch zu meinem kleinigen heutigen... Kleinigen heutigen. Ja, nee, ist klar. Zu meinem heutigen kleinen Alicia-Update. Und wie immer halte ich euch auf dem Laufenden mit weiteren Videos, sobald es etwas Neues gibt. Bis dann, meine Lieben. Tschüss!